Ja hallo, herzlich willkommen zu HEIZ, dem Video auf heinzschmitz.org. Ich habe hier so ein kleines grün leustendes Kästchen in der Hand. Das nimmt im Moment immer mehr Fahrt auf im Zuge der Corona Pandemie, wenn man darüber regnet, wie man in Klassenräumen zum Beispiel frische Luft sicherstellen kann. Das ist eine CO2-Ampel. Die kennt grün, gelb, rot und rot blinken. Ich blase mal einfach da rein. Da ist ein Sensor drin, ein CO2-Sensor drin, über den wir immer noch reden. Und wenn ich da reinblase, ist eben der erhöhte CO2-Gehalt durch mein Ausatmen, bringt den dazu, rot zu blinken. Er kennt also grün, gelb, rot und rot blinken. Das heißt, ein höchster Alarmstufe muss dringend gelüftet werden, wenn das im Raum ist. Das gibt es, das habe ich so gekauft als Fertiggerät. In dem Falle hat Watterot das. Muss man mal schauen, wo die sind. Da ist es. Das ist das Fertiggerät. Das ist jetzt auf rot gesprungen, jetzt auf gelb und wird jetzt gleich auch auf grün springen. Da ist es auf grün. So, den gibt es fertig zu kaufen. Der ist relativ teuer, weil der Sensor, der da drin verbaut ist, der SDC 30, ist ein relativ teurer Sensor. Da sehen wir noch ein bisschen was zu. Zum Kohlendioxid in der Luft gibt es also vom Umweltbundesamt eine Bekanntmachung und da steht dann irgendwo hinten auch, welche Werte in Räumen eingehalten werden sollten. Das gibt es auch ein bisschen deutlicher erklärt. Das ist hier zum Beispiel von Wikipedia, wikivissen.de über Kohlendioxid. Das sind hier so die Grenzwerte, die es gibt unter 400 beziehungsweise unter 800. In Räumen ist es eine hohe Raumqualität von 800 bis 1000. Eine mittlere mäßige Raumqualität bis 1400. Und über 1400 ist eine niedrige Raumqualität, Raumluftqualität. Da wird den Lüften dringend empfohlen. Oder man kann auch das denn hier, hier ist das die gleichen Werte von Lüftungsindikator.org. Da stehen im Prinzip die gleichen Werte drin. Und genau nach den Werten arbeitet hier diese kleine Ampel. Aber mir war das zu wenig. Das kann man sich ins Wohnzimmer legen. Wenn es gelb wird, macht man das Fenster auf. Oder wenn es rot wird, dann wird es höchste Zeit. Da geht man raus. Aber mir war das einfach zu grob und zu grobschlecht. Ich leg das mal hier auf das Netzteil drauf. Da habe ich angefangen, selber zu basteln. Das tue ich ja schon mal. Jetzt erschrecken Sie nicht, wenn Sie das sehen. Das hier ist der Prototyp 0. Das ist so mein... Oh, hier vorne klemmen alle Kabel. Das ist so mein Funktionsmuster. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus. Es gibt hier auch Dioden. Die sind jetzt in dem Falle gelb. Gelb, weil der viel empfindlicher eingestellt ist. Ich zeige Ihnen das mal in der Handkamera. Wir haben also hier vorne diese Leuchtdionen, die bunten. Hier vorne ist ein Piepser. Den habe ich nachher wieder rausgeschmissen. Hier, das ist der Sensor. Der SDC-SCD30. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Das ist der CO2-Sensor. Der arbeitet mit Laser. Dann ist hier hinten, gut, das ist ein ESP32 als Prozessor. Mal sehen, vielleicht kann man das von oben, kann man das so besser sehen, ein ESP32 Prozessor. Und hier hinten ist noch ein MQ135 Luftsensor. Das ist kein CO2-Sensor, sondern der misst die Luftqualität grob. Da habe ich auch noch ein bisschen Probleme mit. Und dann habe ich mir noch ein Display dazu gebaut, auf dem die Kurven zu sehen sind. Sie sehen also hier, der CO2-Gehalt hier in der Luft ist 943, weil ich in die Richtung des Sensors spreche. Und der Gesamtluftindex ist 1264. Das ist also mein Prototyp gewesen, mit dem ich Messungen hergestellt habe. Und habe jetzt hier, ich stelle jetzt mal zudem den Strom ab. Deswegen habe ich das Bohrenetzgerät hier. Denn ich möchte mir den Sensor hier rausholen. Das hier ist, wie schon gesagt, der SDC-30 von Sensorium. Das ist dieser Sensor. Sehr empfindlich. Leider auch etwas teurer. Aber das ist das Beste, was man mir empfohlen hat. Ich selber bin kein Wissenschaftler, kein Chemiker. Man hat gesagt, das ist der Beste, den man nehmen kann. Der andere Sensor, der hier drin ist, dieser MQ135. Das ist der hier. Da kann man sehen. Der hat hier oben so ein Gitter drauf, wie ein Mikrofon. Das ist der. Der gibt im Prinzip, wenn man sich auf die Rückseite mal schaut, den schließt man nur an mit Plus und Ground. Und der gibt entweder einen Signalausgang raus, den man selber einstellen kann an dem Poti und eine analoge Spannung irgendwo zwischen 0 und 5 Volt. Er ist nicht sehr genau und man muss da schon mal ein bisschen, oder man muss nicht immer, man muss daran rumtricksen. Das hier ist der Sensor. Der ist auch relativ billig. Der kostet also nicht 50 Euro fast wie der CO2-Sensor. Und der macht so ein Gasgemisch. Der wird dann so relativ einfach. Zum Beispiel ein Arduino angeschlossen. Ich habe es jetzt hier gesagt wie mit dem ESP32 gemacht. Und dann gibt es ein Datenblatt dazu, wo denn die diversen Gase, die er auswertet, aufgeführt sind. Also er kann Benzol, er kann Sulfide, er kann Ammonia, er kann CO messen, er kann CO2 messen. Das alles als Luftgemischt, die einfach über eine analoge Spannung ausgegeben werden. Jetzt, wenn Sie sich dieses Teil hier ansehen, ich stecke mal wieder den hier ein. Na, darüber muss er. Der ist jetzt ziemlich kompliziert einzustecken. Mal sehen, vielleicht klappt es. Und ich gebe dem wieder Strom. Dann sehen Sie, dass der nicht sehr kompliziert ist. Außerdem meldet der ein SD-Kartenfehler, weil hier noch gar kein Laser eingebaut ist. Und Sie sehen hier die Lampen, die flackern ziemlich. Das Ganze ist relativ unstabil. Deswegen bin ich dann auch hergegangen und habe dann mir einen anderen Prototypen gebaut oder habe mein Testboard gebaut. Auch das kann ich Ihnen mal zeigen. Das ist hier auch natürlich Kabel, hat ja nur die Aufgabe, sich zu verfangen. Ich nehme dann mal die Spannung weg, denn ich muss den CO2-Sensor draufsetzen. Ich habe davon nicht so viele. Ich habe in dem Fall jetzt nur mir zwei zugelegt. Wie gesagt, die sind leider preislich etwas anspruchsvoll, aber sind eben dafür genau. Und wenn ich den jetzt anschalte, dann sehen Sie hier, das ist die CO2-Karte. Schade, jetzt hat er einen SD-Fehler. Mal sehen. Ja, jetzt ist alles okay. Die Karte war nicht richtig drin. Und hier sehen Sie jetzt auch die LEDs hier in grün. Hier ist der Prozessor. So, wir können das aus der Handkamera mal sehen. Das sieht also wesentlich aufgeräumter aus. Das ist also hier der ESP32. Hier das Display. Im Moment sehen wir nicht viel da drauf, weil die Linien erst nach ein paar Minuten kommen. Und hier vorne ist wieder der 135er Sensor. Hier ist noch ein Poti, sollte man die Spannung einstellen, denn er liefert normalerweise von 0 bis 5 Volt. Und ich habe ja der ESP32, der verträgt ja nur 3,3 Volt. Also musste ich da ein bisschen was machen und kann mit dem Poti das dann so einstellen, dass bei 5 Volt eben 3,3 Volt ankommt. Aber Sie sehen hier an den Daten 1074. Okay, das ist der CO2-Wert. So hoch, weil ich in die Richtung spreche. Und die Luft sagt dann 36 irgendwas. Ich muss dazu sagen, da bin ich noch nicht ganz sicher, was es heißen soll. Allerdings kann man sehen, dass er unter Umständen Sachen anzeigt, die er CO2-Sensor nicht anzeigt. Denn die SD-Karte ist hier drin oder vielleicht zeige ich Ihnen erst noch was anders. Das ist also jetzt mein Modell, an dem ich meine Softwareentwicklung weitermache. Das ist nämlich noch nicht ganz fertig. Der soll noch mit WLAN, WLAN und so was. Das zeige ich Ihnen irgendwann später mal. Sollte das irgendwann mal laufen. Aber ich habe dann schon mal eine Kiste da drum gedruckt. Ich zeige Ihnen das auch mal. Das hier ist der mit einer Kiste drumrum. Hier unten Lüftungsschlitze drin. Die ist relativ hoch, weil die LEDs, die stehen ziemlich weit raus und die sollten auch nicht beschnitten werden. Die sollten einfach so bleiben, wie es ist. Und Sie sehen, der hat auch noch Grün. Wenn ich den jetzt anpfeife oder anblase, dann werden Sie sehen, dass die Kurve sich relativ schnell ändert in dem Fall. Denn der Algorithmus ist so, dass er normalerweise alle fünf Minuten den Graph erweitert. Beziehungsweise wenn eine Änderung ist, also jetzt ist er auf rot, beziehungsweise ist er auch rot blinkend. Wenn eine Änderung ist, dann malt er direkt einen Strich. Also der wird jetzt auch rot blinken und dann wird er gleich wieder auf rot, wie jetzt. Irgendwann geht er dann wieder auf Magenta. Dann geht er auf orange. Jetzt ist er auf Magenta. Dann geht er als nächstes auf orange und dann geht er auf gelb und dann auf grün. Und wenn die Luft extrem sauber ist, dann geht er sogar auf blau. Das haben wir längst hier nur, wenn Sie in einem Raum sind mit ein oder zwei Leuten und unterhalten sich. Jetzt sehen Sie, jetzt ist er auf orange. Wenn er sich mit, wenn man sich unterhält und sowas, dann geht er sehr schnell auf grün. Und wenn man denn mit mehreren Leuten, was ja im Moment in Corona Zeit nicht so üblich ist, wenn man da zusammensitzt zum Essen, dann geht er auch schon mal auf orange. Dann muss man eben das Fenster ein bisschen aufmachen. Der wird jetzt gleich auch irgendwann auf grün. Denn hier mein anderer Prototyp, den zeige ich mal daneben, der ist dann auch, weil er nicht in Sprachrichtung steht, ist der schon wieder auf grün. Wenn ich dem also, jetzt ist er wieder in Sprachrichtung, jetzt ist er wieder in orange, stellen wir ihn wieder weg, dann wird er gleich wieder grün. Und was hier drin ist, ist im Prinzip das Gleiche. Ich kann den Deckel ja mal abmachen und das mal zeigen. Es sieht jetzt ein bisschen kompakter aus. Also hier ist das Display mit, jetzt mittlerweile sieht man Grafik. Ich habe das eine ganze Zeit lang laufen lassen. Und hier vorne wieder ESP32, hier ist der SDC, also der CO2-Sensor und hier der MQ135, das ist der Luftirgendwas-Sensor. Dazwischen sehen Sie ein Stück Papier. Das ist ganz lustig, denn der MQ135-Sensor, der hat im Prinzip ein Heizdraht drin. Der verdampft ein wenig von der Umgebungsluft oder von Partikeln, die in der Umgebungsluft sind. Und die werden dann detektiert und entsprechend wird dann die Spannung ausgegeben. Während des Verdampfens wird natürlich dann auch die Luft ausgestoßen. Wenn ich das Papier, das hatte ich zuerst weg dazwischen. Und der SDC-Sensor ist direkt daneben. Also hat er auch von diesem Ausgestoßen, von der verdampften Luft das mitbekommen und ging dann zwischendurch ab und zu mal auf Rot, immer wenn der gerade eine Aktion gestartet hat. Das war jetzt die einfachste Möglichkeit, um nicht alles auszubauen. Versorgt wird das Ganze über 5 Volt. Ich habe jetzt hier das Labornetzteil dran, weil man nämlich da sehen kann, dass die relativ viel Strom fressen. Die fressen also 300 Milliampere. Wenn es draußen sehr kalt ist, kann es sogar noch mehr werden. Denn die Heizung zum Verdampfen des MQ135, die braucht relativ viel Strom. Ja, und das ist im Prinzip dann das, was ich mir dafür gebaut habe. Das liegt jetzt bei uns immer im Wohnzimmer. Da können wir sehen, wann wir lüften müssen. Okay, das tun wir sowieso. Aber das ist ganz, ganz nett. So, was wir, was ich also gemacht habe, um diese Farben zu definieren. Das kann man hier im Programm sehen, das ist ein Programmcode. Da habe ich nur einfach die PPM-Skalen definieren. Ich habe also gesagt, bis 600 ist saubere Luft, bis 800 ist bis 600 ganz saubere Luft, 800 saubere Luft, 1000 stickige Luft, 1400. Lüftung notwendig. Rot, das wäre dann Magenta. Rot heißt denn, jetzt wird es aber Zeit. Und wenn der Rot blinkt, dann sind wir über 2400. Dann wird es aller, aller höchste Zeit, dass irgendwie Sauerstoff nachgeführt wird in den Raum. Damit er nicht, damit man keine Atemprobleme bekommt. Jetzt habe ich ja die SD-Karte da drin. Hier oben können Sie die sehen oder bei meinem Test auch. Ich habe die jetzt einfach mal eine Nacht durchlaufen lassen. Und da kann man lustige Sachen sehen. Das ist jetzt also einfach. Ich schreibe also währenddessen eine CSV-Datei mit den, müssen wir hier mal ein bisschen breiter machen. Der LibreOffice macht das nicht so, wie ich das gerne hätte. Der kann keine Gedanken lesen. Das muss man dem wahrscheinlich noch beibringen. Ich mache die mal ein bisschen breiter. Da kann man es besser sehen. Also ich schreibe hier auf einmal Zeit. Das sind die Zeit der Sekunden seit Inbetriebnahme des Detektors. Die Überlegung ist, das eventuell irgendwann mal zu ändern mit Realtime Clock. Also dass man über WLAN sich dann die letzte Zeit traut. Und wenn man sich jetzt mal eine Grafik machen lässt. einmal von der CO2-Wert und von dem Luftsensor. Muss man hier mal schauen. Eine Grafik einfügen. Wo haben wir dich? Ein Diagramm. Und zwar ein einfaches Liniendiagramm. So ohne große Punkte, ohne alles. Weil es sehr, sehr viele Punkte sind. Und wir sollten auch dann hier die gelbe, diese Luftkurve mal auf die Sekundärachse legen. So. Und da können Sie eins sehen. Das ist also der CO2-Verlauf. Hier das ist dann, das war gestern Abend in dem Falle. Da sieht man nur einen leichten Anstieg der Kurve. Und in der Nacht fällt der dann runter. Hier sehen Sie morgens einen Peak drin. Ich bin einfach vorbeigegangen heute Morgen und habe mal in den Sensor reingeblasen. Um mal zu sehen, ob er noch geht. Und das ist dann der Verlauf des Resttages. Und von der roten Kurve, das sehen Sie auch. Das ist dann also dieser Luftsensor. Der geht in der Mitte hier ein bisschen hoch. Und zwar ist das die Zeit der Essenszubereitung, als gekocht wurde. Da werden ja auch Umweltgase, irgendwas, Umweltstoffe werden freigesetzt. Und die werden von dem MQ135 detektiert. Und die kann man dann auch hier in der Grafik sehen. Also man hat eine schöne Messreihe damit. Man kann also, wenn man das einfach, ganz einfach haben will für sich, einfach so ein Ding fertig bestellen. Die gibt es auch mit WLAN mittlerweile zu kaufen, sodass man dann über dem Handy oder irgendwo sich die CO2-Werte ansehen kann. Oder man kann einfach mal anfangen, Lötkolben auszupacken oder Steckbrett auszupacken und selber zu bauen. Das sind also jetzt hier mal die drei. So, hier haben sie alle drei mal miteinander vereint. Da müssen wir den fertigen noch was dazu packen. Die mit verschiedenen Algorithmen oder die mit dem gleichen Algorithmus im Prinzip arbeiten. Und die aber unterschiedlich empfindlich eingestellt sind. Ich habe meinen selbstgebauten viel empfindlicher eingestellt mit den Dioden als der fertige, der einfach nur anzeigt, wenn es notwendig ist zu handeln. Also, für mich ein schönes Bastelprojekt. Das geht noch ein bisschen weiter. Es fehlt noch der WLAN-Anschluss, dass man sich das auch übers Web oder im Handy ansehen kann, wie die aktuellen Werte sind. Es fehlt noch die Real-Time-Glock. Aber das werde ich irgendwann mal alles einprogrammieren. Jetzt habe ich hier zunächst erstmal die Hardware fertig gemacht. Und ob hier dieser Prototyp oder hier mein Testwort, ob das jemals ein Gehäuse kriegt, weiß ich noch nicht. Im Moment gefällt mir das so am besten. Hier habe ich auch noch genug Platz drauf, um eventuell noch andere Sachen drauf zu löten. So, und das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Mein Abenteuer CO2-Sensor, um für reine Luft zu sorgen oder dafür zu sorgen, dass man zur richtigen Zeit auch lüftet. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen bald hier auf HeinzSchmitz.org.